yo leute was geht ab und willkommen zurück zu bravely default also das letzte mal sind wir hier in florim angekommen und haben mit keine ahnung wie die heißt gesprochen auf jeden fall kennt sie Agnes und Olivia und ja ich habe hier ein partygespräch also gucken wir uns mal an was das ist die 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 Amen. Amen. Oh, noch ein falsches Sprech. Hahaha, nice. Was gibt's hier? Okay, hier gibt's anscheinend krasser Items als ich hab. Na super. Hat mich der Fuchs abgezogen. Warte mal. Na super, die Handschuhe sind ja krass stark. Na dann. Gehen wir mal erstmal raus. Ich hab so ne grobe Vorstellung wo ich hin muss. Ja, aber das Ausrufezeichen sagt mir halt mehr. Ja. Ähm. Gehen wir mal in den Tempel des Wassers. So. 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 So will it look at you? Well, this place is a grim state. but it feels different from the temple of wind somehow. There are no traces of damage from Monster or Me Asmar. This is erosion, time left these scars. ok, keine Ahnung was Erosion heißt, aber ja auf jeden Fall da der Tempel ja gleich aufgebaut ist, also ziemlich geht's auch wahrscheinlich hier hoch oder so? oh, nee, ok, geht anscheinend nicht hier hoch dann ist es nur ein Raum, also, beziehungsweise eine Etage so ok, um oh, noch ein Portrait das ist ja echt so eine Goldkammer keine Ahnung ob die Items gut sind wir können ja später gucken, ob sie gut sind so, da ist nochmal eine Stelle so, um, da noch den Durchgang schaffen ein Eta, ok oh, was ist denn jetzt los? jetzt liegt es echt hart ok, warte ha, ha ok, dann werde ich kurz mal eine Pause machen, sozusagen und gucken was da abgeht ok, ich hoffe mal, dass es jetzt besser ist na, auf jeden Fall ist hier nochmal so ein Speicher-Heini ja, noch eine Runde speichern ok, noch eine Runde speichern ok, Gehalt sind wir Magier haben wir Teiler, Mönch, Ritter ok, das sollte passen egal, wir gehen einfach mal da rein ja, was ist denn das jetzt? was ist das blau da rum? ein Schild bereits über die Crystal das gleiche wie ich auf die Crystal der Wind dann das heißt, mir und Olivia bereits erwakten zu this one? aber es ist so dim es sieht mehr als die Schild die Schild war gelegt, um die Schild zu stoppen, die Crystal von vollen die Crystal entierlich die Wasser-Bestle ist die diejenige, die können es und jetzt nur sie kann es remove es sie muss haben, was passiert schneller als ich sie hat das bevor die Crystal war und dann sie sie ich kann nicht sehen, was sie waren, aber sie hat die Situation brillant ich da es kein Risiko der Crystal oder ob sie mit es ist das nicht sie Wherever she is, she's doing fine. That's an enormous relief. So that means we need to find her if we want to awaken the water crystal, right? That's the best way, certainly, but not the only one. These shields can only be invoked by the bestials of fire, water, wind, and earth, and dismissed by the same. But that's not to say that the water vessel's shield can only be dismissed by the water vessel. You should be able to get past your shield on, yes? And awaken the water crystal, too! Oh, shit. Is that true? Yes, there are two such cases written of in the Crystalist scriptures. I think you should do it, here and now, while we have the chance. The whole world can fall into shadow if we don't hurry. We can search for Olivia as soon as we're done. I cannot. If the water crystal is to be awakened, it ought to be at Olivia's hands. The rite of awakening has been performed only a handful of times in the history of the Crystal Orthodoxy. It's only right that Olivia be the one to release the prayers of the lineage of water vessels. Well, yes, but we don't know where she is. Where do we even start looking? Let us return and speak with the Matriarch again. Okay, let's do that. Let's do that. So. Let's just turn it straight out. That will fit. It seems to be better. I think it's better. I think it's better. Where? Let no believer escape. Show any who struggle no mercy. Oh shit. They found us. It's over. All over. Keep hope alive. We have to make it to safety. Now run. Here. That's weird, right? Okay, let's go here? nochmal hier zurück dann würde ich sagen bevor wir mit der keine ahnung mit ihr halt reden werde ich den Part hier beenden ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal